Neue Runde, ich spiele Clings, wurde sich im Twitch-Chat gewünscht und ich möchte ihn auch ganz gerne spielen, cooler Held. Safe Lane Farm mit Clings, das kann was werden, wir haben eine gute Offlane. Na vielen Dank. Oof, Spirit, ja, super Herausforderung, danke dafür. Ähm, hab ich jetzt überhaupt eine gewählt? Ich kann gar keine wählen, weg mit euch. So, also ich spiele Clings, wiederhole mich gerade ein bisschen, verleg' gerade, was ich auf ihm baue. Ring of Aquila ist eigentlich ganz gut, Soul Ring kann man eben auch ganz gut bauen, aber da ich schon Mana Rack durch die Queen of, äh, Queen of Pain, durch die Crystal Maiden habe, bin ich in Soul Ring gar nicht verkehrt. Ja, äh. Äh, ups, das hab ich zu spät gemacht. Nein, die Zeit war gerade abgelaufen, oh, das ist schlecht. Ups. Das war richtig schlecht. Okay. Ich wollt's noch verkaufen und dann noch, äh, ein Rave-Band am Anfang geht schon okay, da man, ähm, bestimmte, ich hab auf den falschen Timer geguckt mit dem Zerlegen. Uh, das war schwierig, das war schlecht. Da hab ich jetzt ganz schön Geld verloren. Na gut, machen wir's ein bisschen, Hard-Mode. Machen wir uns ein bisschen, das Leben selber schwer, Wahnsinn mit mir. Ja. Da hab ich ungefähr 250 Gold verschenkt. 100 krieg ich immerhin wieder. Das hat keiner gesehen. Keiner gesehen. Super Fail. Hervorragend von mir. So. Windranger. Auf der Off-Lane anscheinend. Man sieht sie oft in der Mitte inzwischen, aber... So geht's natürlich auch. Erst ein bisschen begrüßen. Hackt grad ein bisschen. Irgendwie läuft's grad ein bisschen komisch. Noch was offen. Geht eigentlich. Ich muss mit Klinks, das weiß ich jetzt schon, das merke ich auch jetzt sofort, ich muss Last Hit und die Nine üben, weil... ...mit diesem Ausholen, das muss ich erst checken, wann ich das noch mache, dann hab ich mit Klinks keine Erfahrung. Man sieht einen Riesenunterschied zu dem Faceless Void Game oder dem Ursa Game von eben, wo es mit dem Last Hitten mal ganz anders geklappt hat. So, und ich hoffe, dass ich das diesmal besser auf die Reihe kriege jetzt. Ja, ich hab mir das Leben ein bisschen schwer gemacht. So. Äh. Okay. Das war nice. Ja, und ich verpasse Last Hits nach Last Hits. Bisschen peinlich, es muss jetzt echt besser werden. Ah, schon wieder verpasst. Läuft er noch... Bis das Timing besser raus hat, öfter noch die Searing Arrows benutzen. Ah, selbst damit. Wie viel machen die? 240, 50, 60. Okay. So, der Pull-Through. So, bis dann sich Christian May nicht zu viel auf die Nase bekommt. So. 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 Mal hin, haben wir sie ordentlich vertrieben. Führt mal ein Level. So. Mal gucken, was sind wir mit den Nein hier? Nein. Ach, weil er nicht angefangen konnte. Ach, Knack, Knack. Sehr schön. Dankeschön für die Target-Fraktiz. So. Na gut. Freue mir den mal weg. Dann gibt es als nächstes Boots. Ganz hart klingelt, aber in der Waschmaschine, weil die fertig ist. Äh. Wäre ich hier noch die Neid. Kann ich ruhig ab und zu ihr auch einen mitgeben. So, wie viel Movement, Bewegungstempo gibt das? Okay. 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 Ouh. Ahch. Grazie. Ach. Ach. Nichts. Ach. 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 Okay, kam ich leider nicht mehr raus. Schade, immerhin nicht viel Geld verloren. So, ich farm unten mal noch ein bisschen. Und mein erstes großes Item... ...würde ich jetzt mal auf Desolator gehen. Okay, jetzt ist sie eh zurück. Und den Farm will ich mir nicht entgehen lassen. Ja, was soll denn? Ich verkack die Last Hits. Dann ist es natürlich... Sehr schön. Sehr gut gemacht. So, dann gehe ich gleich mal. Ich hätte eben eigentlich auch... Ja, ich hätte eben eigentlich schon aufgegeben. Ich hätte eben eigentlich noch versuchen können, mich mit den Trees ein bisschen durchzufressen. Als ich uns... Ich kann noch ein bisschen überlegen, was ich hätte vorhin besser machen können. Einiges, um genau zu sein. Okay, dann können Sie mit deinen K hersenken. Okay. Ja. 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 Ich hole mal einen Creep. Sehr schön. Kuria ist so wertvoll am Anfang. Das war perfekt. Okay. Wie gesagt, Soul Ring hätte ich, glaube ich, sonst an Clings gebaut, aber jetzt, wo... Okay. Ja, da kann ich auch nichts mehr machen, rechtzeitig. Okay. 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 Mana für Skeleton Walk. Okay. 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 Wenn er so lange am Tombstone kämpft, der ist gleich hinüber. Okay. 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 Dann können wir das nochmal ganken. Welches Level haben wir die inzwischen? Level 2. 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. sehr schön danke fürs Mana so, Lebenspunkte und Bonus Damage, sehr schön ja, ich überlege immer noch, ob ich Desolator Orchid Orchid ist schon, ja, eigentlich würde ich ganz gerne den Desolator Build, Desolator First nachher, Orchid ist gegen Queen of Pain gegen Windranger, einfach zu stark schreibt auch gerade das kann man so schlecht lesen in Twitch, weil es ein dunkles Blau ist, Luckly Luckyly schreibt es gerade, das stimmt schon, ja ist schon das Richtige an dieser Stelle naja, ich wollte so gerne Desolator First aber man kann nicht alles haben so ich will erstmal einen großen Creep fressen hier für Bonus Damage und HP Puh, das war knapp da wollte ich ein bisschen warten, bis mein bis mein Dings wieder ready ist mein Skeleton Walk wollte ich eigentlich warten, dann lief da schön die Initiation durch ich werde mal oben den Tower holen ich habe noch ein bisschen na, wo der Bonus Damage setzt vorbei ein bisschen den Tower pushen kann man trotzdem sehr gut läuft doch verringert die Abklingzahl, das brauche ich auch ok, unten sieht man den Rave King suchen wir gleich wieder so, der Ulti läuft auch noch ein bisschen ouch ok, das war vielleicht etwas optimistisch möglicherweise ich gebe es zu es war vielleicht ein bisschen optimistisch ich habe tatsächlich nicht gerechnet äh, das war sie haben auch Dust na gut na gut na gut ja, ja, ja das hat sie inzwischen oh, das war knapp ouch ich brauche ein Creep ich kann uns mal den Tower holen hier noch eigentlich auf den nächsten gleich pushen ich wollte mir eigentlich wieder mal einen Creep holen so, ich hole mir mal ein Town Portal obwohl die eh jetzt gerade alle da unten sind aber trotzdem für dann danach da ja ja da Autsch, scheiß Arme Toggle, ja bisschen schlampig zwischendurch, ich brauche doch mal die Zeit. Der 7 von 7 HP hoch, ich habe gedacht, der stirbt, dann hat er das Armlet Toggle noch recht geschickt gemacht, nach dem Ork, tatsächlich ist Armlet Toggle ein guter Counter gegen Ork, nicht schlecht. Na, das Leben noch gerettet? Oh, jetzt einfach ihre Spells raushauen müssen, einfach reinblinken, sofort Spells, bevor es möglicherweise schief geht. So, schnell einen Creep holen, komm im Großen. Geht einigermaßen. Autsch, und Tombstone. Cool guys, don't look at Explosions. Ja, das ist ein kurzes Spiel. So, schön die Rags fokussen. Na, sollten wir nicht einfach versuchen hier. Na, reicht nicht ganz für die Queen of Pain, schade. Strafe ich auch noch auf Cooldown. Ne, das Geld wollte ich jetzt nicht machen sollen. Ne, das Geld wollte ich jetzt nicht machen sollen. Na, sie greifen mich hier nicht an. Dann hast du mir jetzt hier kein Sentry. Ist immer gut zu wissen. Ups. Das könnte hier gefährlich werden. Ich weiß nicht, ob ich ihn noch da hochforst darf. Ach, die Sau. So, besser als gar nichts hier. Ne, Death Ward. Traummal Bonus. damage krieg ich mein ulti nicht raus danke dafür da war ich schon auf dem weg nach draußen mit dem heal habe ich gar nicht mehr gerechnet das doofe ist wenn man so viele teamkämpfer hat und gar nicht vernünftig rohmen kann dann das problem ist dann dass man gar nicht den ulti einsetzen kann sondern auf lane creeps natürlich nicht so wahnsinnig viel hp haben das ist ein bisschen das blöde daran da verliert man eine menge bonus damage wenn ich ihn eigentlich haben möchte mit desolator zusammen wenn man gerade guten creep gefressen hat schon ganz schön bitter greift mich die creeps an nein wir sind ja nicht gestorben bitte sehr der müsste doch einfach nicht gestorben jetzt fehlt mir natürlich tatsächlich mal ich dachte eine sitzt noch wir ziehen ein bisschen mana mal der ulti auf port zum cool dann kostet jedes mal 100 ah da gibt es mana sehr schön aelgut ich bin sieh ihr ob es das ich bin jemand ich bin ich bin ich bin es ich bin tatsächlich ich bin ich bin ich bin ok so gegen das Gebäude ich gehe mal zur Base, muss mich mal voll aufheilen So, jetzt ein Daedalus. Dann gibt es auch noch mal die Crids. Und dann, ähm... Gucken wir mal mit Crids und Desolator, wie schnell wir die wegballern. So, 500er Crids ist nicht schlecht bei meinem Attack-Speed. Hätte mir noch ein Bloodlust geben können. Autsch. Ich habe gedacht, dass sie hier vorne einen Sentry haben und hier nicht. Jetzt haben sie überall Sentries. Oder Gem. Hat jemand einen Gem? Der Rave King vielleicht. Ich habe gedacht, dann ist hier der Sentry, hier vielleicht nicht. Und so. Ne, Gem haben sie nichts. Tatsächlich alles voller Sentries vollgehauen. Na ja. Ich kann einfach Ruheschein machen und das beenden. So, viel Movement-Speed-Bonus. Ach komm. Keine Creeps oder was? Na, selbst ohne Creeps geht es halt nicht schnell mit Medallion. Au. So, ich hole mir eben noch mal mit dem Ulti hier einen Creep. Und dann geht's los. Bin auf dem Weg. Nein, die kommen halt nicht mehr aus der Base raus. Gehen wir einfach unten lang. So. Oh! Jetzt gibt es noch ein bisschen schönere Crits. Scheiß Blinding Light. Das ist mein letzter König. Das ist mein letzter König. Ja, das war auch wieder ein sehr, das war ein sehr einseitiges Spiel. Das andere fühlte sich am Ende nur so einseitig an. Am Anfang lagen wir ja hinten, aber in diesem Spiel, gefarmter Klings, ja. Ein paar Sachen hätte ich trotzdem besser machen können, ab und zu. So, ich bin hier vernünftig ausgewichen mit dem Ulti, das muss ich noch besser machen. Ja, das war okay, natürlich echt guten Farben, ein bisschen gerome, ein paar Sachen nicht so toll gemacht gegen Windranger. Die nervt auf der Lane am Anfang auch, weil man sie nicht gut killen kann, wie mit anderen. Mal weg. Ja, das mit dem Ulti muss ich noch ein bisschen besser timen, das ist so eine Geschichte. Und von dem Item Build, ohne Crystal Maiden würde ich wohl noch ein Soul Ring dazunehmen. Ich weiß nicht, ob Soul Ring und Ring of Aquila gleichzeitig, ob das Overkill ist. Möglicherweise ist es ein bisschen Overkill, aber Orchid ist immer noch stark an Klings, aber ich würde auch ganz gerne schnell den Desolator mal probieren. Das hängt ein bisschen von den Gegnern ab. In diesem Fall war das Orchid besser, da das wichtig war, die Leute zu silencen. Die Last Sits müssen auch noch besser werden mit Klings, gerade am Anfang. Vielleicht mache ich noch ein Klings Spiel und versuche jetzt mal die Last Sits am Anfang noch besser zu machen. Das wäre eine Möglichkeit. Also kurze Werbepause und dann geht es gleich weiter.